uns haben wir noch zwei proteien jetzt um kannst du das auch nämlich machen klar jetzt haben wir da noch eins machen hier auch noch Und jetzt? Ups, das ist nicht gut durchdacht Das weiß ich wirklich nicht schnell Aber wozu ist der Schalter da? Das weiß ich nicht Und wir kriegen ja hier so eine Lichtschranke Damit können wir bestimmt da hochgehen Ja, da kannst du wahrscheinlich einen Schalter machen Jetzt müssen wir das gleiche machen wie eben Ja, das bringt uns nichts, weil wir dürfen keine Portale irgendwie so richtig wegsetzen Ich kann ja gerne nochmal das gleiche machen, aber... Nee, boah, ich blick hier nicht durch Oh Ich bin allein Aber wie kann man das denn hier machen? Und dann habt ihr auch noch welche Ähm... Hier haben wir auch noch weiße Flächen Ja No 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 Ich bringe uns auch nicht für Hätte man wenigstens ein Kuhmus 2. Und hier von hinten kann man ja nicht mitnehmen, ne? Ich glaube nicht. Ich meine, am Ende musst du ja auch noch mal durch so ein Portal laufen, da noch mal alles zerstört. Dann wird sich das Bau kommen. Das hier scheint schon sehr separat zu laufen. Wenigstens einen. Wie kannst du nie hier hin? Ach da. Unfalls. Aber bei mir ist das gleiche, ich habe Klaus und Klaus. Und du hast auch noch mal einen Kubus. Warte mal. Scheiße. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Guck mal mit der Maustaste durch das, eh, die Lerne total. Durch das Lieder, dann. Kannst du irgendwie erkennen, ob da auf diesem Turm oben drauf irgendwas drauf ist? Ich sehe hier generell nicht viel, weil hier hatte ich dieses scheiß blaue Streifenbalken ist nicht viel zu erkennen. Was wenn du springst? Es geht um diese Laserlöschplakate. Durch die kann man nicht viel erkennen. Das andere da sehe ich nichts von. Ich denke aber das wäre ja mit einer Lichtschranke kein Problem, weil dann würde es ja einfach hier rüber laufen. Wenn du da die weiße Wand da oben verwendest. Du musst einfach nur so viel zu wenig Portale setzen können. Auch noch. Ach ich noch weiß was. Ich gehe mal wieder auf die andere Seite. Warte. Dann muss ich eh rüber. Mach mal es gleich wie eben. Ja dein Laser ist vielleicht falsch. So. Ach scheiße. Warte. Komm mal hier rüber. Gehen wir auf den Schalter ohne dass da ausgeht. Ich würde das gleiche machen wie gerade eben nur, dass wir jetzt die Seiten getauscht haben. Ja. Jetzt gehen wir mal. Jetzt gehen wir mal. Das geht nur wenn. Gehen wir mal runter. Jetzt machst du das. Da waren wir gerade eben schon. Ja. Mach es so dass die Lichtschranke angeht. Wenn du die zwei Portale. Ach es geht ja. So. Dann kann ich hier runter gehen. Dann ist hier die Lichtschranke. Ja. Ja. Dann triff mal den Kopf da oben. Ne. Ist das da an? Ja. Ich sehe es. Jetzt brauchen wir nur noch die Welle anmachen wie ich das gemerkt habe. Ja genau. Wenn du jetzt die Seite oder nicht. Und jetzt brauchen wir nur noch hier. Hier sitzt ich mal ein rotes hin. Warte. Guck mal hier. Warum ist es jetzt offen? Wieso du musst auch nur da noch dein Portal setzen sein. Hier und hier. Ach so. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh. Machst du da nicht ein Löser? Und jetzt muss ich noch pass aufpassen dass er da da umgereint ist. Da müssen wir hier irgendwie den Schalter drücken. Weil es ein paar Sekunden Zeit gibt. Ja. Auf Gott. Was soll man damit machen? Das muss man mal legen. Ja. Sie müssen da hoch springen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ach so. 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 ist das denn jetzt offen? Immer positiv denken, wir wissen es ist weiter. Ja, jetzt haben wir hier eine weiße Fläche und wissen nicht wofür. Aber wir sind weiter. Was bringt uns die weiße Fläche? So, auf jeden Fall müssen wir hoch springen, oder? Das könnte durchaus sein. Jetzt haben wir, glaube ich, eigentlich alles gebraucht. Aber vielleicht hat sie auch nichts mit springen zu tun. Moment, sonst. Ich weiß es nicht. Wenn wir jetzt die blaue Wand dahin tun, bringt es, glaube ich, nichts. Ich überlege nur, ob man noch hier irgendwas mit dieser Lichtschranke machen kann. Irgendwie. Und was soll das hier? Soll das einfach eine Dekoration sein? Keine Ahnung. Das ist mir eben offen. Und ich weiß nicht, wozu das ist. Da unten kommen wir an den blauen Laser ran. An diesen Streifen, wo drin wir fliegen können. Wir machen da ein Portal hin und da ein Portal hin. Was? Wir machen da ein Portal hin und da ein Portal hin. Ja, dann sind wir weg. So, ja. Und das schnell. Und am besten auf eins oder los. Na, wer setzt denn dann das Portal? Ich mach das. Okay. Auf einer. Eigentlich sollten wir abzählen. Okay, also. Drei, zwei, eins. Also, wir haben ja etwas Zeit. Oh, die Hälfte der Zeit ist rum. Geschafft. Jo. Oh, ey. Okay. Hacking. Ich will mal was ausprobieren, wenn meine nächste Testkamera kommt. Du meinst, was die Kamera dann kommt? Ja, darum hoch und jetzt mal ausprobieren. Sure Operative Testing 3 wahrscheinlich. Wenn das kommt, mach die Idee. Wenn nicht, dann hören wir auf. Was ist das denn? Ey, das gibt's doch überhaupt nicht. Ich... Haben wir irgendwas verpasst? Du hast aber auch bestbewerteste Maps genommen, ja? Ich... Das dritte habe ich genommen. Was ist denn das dritte? Ich weiß nicht mehr. Also, ich weiß, dass das zweite neueste ist.